ja ja hallo ja hallo hier ist noch mal eine verwünschung eines vornamen der soll die rückwärts versprochen werden das mache ich ja gerne wisst ihr ja ich muss natürlich wie immer out of the brain not reading from the paper so heute haben wir die nicole nicole wird der nicole geschrieben aber ich muss es natürlich so rückwärts sprechen wie es aus versprochen wird damit es sich vorwärts abgespielt wieder richtig anverhört okay das heißt das e hinten fällt weg nicole daraus wird dann rückwärts loki das ist es schon wieder verwesen euch allen eine gute verschlafung